Also mein Name ist Thomas Neumann-Thieme, ich bin Geschäftsführer und der Gesellschafter der LUNIVO Sports GmbH in Seevetal. Ich bin Martin Leinigen, bin Angestellter bei der LUNIVO Sports GmbH und arbeite im Außendienst. Und wir beide freuen uns sehr, dass wir Wimka haben, weil das hat sowohl meine als auch die Arbeit von Martin außerordentlich erleichtert. Wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit dem Vertrieb von Fahrradzugehör, speziell Fahrradbeleuchtung und Fahrradhandyhalter und noch diverse andere kleinere Geschichten. Und um diese zu vermarkten, müssen wir sowohl die Fahrradeinzelhändler als auch die Fahrradgroßhändler als auch die Fahrradfilialisten in Gesamtdeutschland und auch in Österreich anfahren. Also meine Steuerberaterin hat mir das Fahrtenbuch empfohlen, weil sie selber Fahrtenbuch führt und weiß, was für eine doofe Arbeit das ist, händisch auszufüllen in Papierform. Und die Arbeit ist halt denkbar einfach mit Wimka, im Gegensatz zu einem lästigen Fahrtenbuch, wo man nach jeder Fahrt eintragen muss, Uhrzeit eintragen muss, Kilometerstand eintragen muss. Am Ende des Tages hat man doch irgendwie die Hälfte vergessen einzutragen und das ist sehr zeitaufwendig und nervig. Ich bin besonders beeindruckt von der Zuverlässigkeit, wie sicher die Fahrten aufgezeichnet werden, lückenlose Aufzeichnungen und das erleichtert die Arbeit ungemein, weil ich im Prinzip nur noch am Ende des Tages die Fahrten zuordnen muss und alles ist fertig. Ich weiß nicht exakt, was es mir einbringt, aber allein die Tatsache, dass wir differenzieren können zwischen Privatfahrten und Geschäftsfahrten, würde ich sagen, sind wir immer deutlich besser gestellt als mit der 1%-Regelung. Und der Support, wenn man mal ein Problem hat, funktioniert einwandfrei. Man wird ganz schnell zurückgerufen und alle Fragen können direkt am Telefon geklärt werden. Also ganz kurz zusammengefasst würde ich sagen, Wimka würde ich jedem meiner Freunde weiterempfehlen, weil das einfach eine super Möglichkeit ist, Zeit zu sparen.